Ja, hallo zusammen. So bevor der meteorologische Sommer Ende August zu Ende geht, haben wir es jetzt sogar schon mit einem ersten Herbststurm zu tun. Und verantwortlich dafür ist das Tiefkirsten. Das schauen wir uns hier mal an. Das zieht von den britischen Inseln über die Nordsee, dann langsam Richtung Ostsee. Ja, und das Ganze geht dann los mit Sturm schon an der holländischen Nordseeküste am Dienstagnachmittag. Wenn ihr da also noch Urlauber habt, auf jeden Fall warnen, wird richtig ruppig. Vor allem dann auch in der Nacht zum Mittwoch an der Küste Böen über 100, vereinzelt sogar Orkanböen um 120 kmh dabei. Hier im Westen bei uns wird es nicht ganz so dolle Spitzenböen dann am Mittwoch tagsüber meist so zwischen 70 und 80 kmh vereinzelt rüber. An sich hören sich diese Windspitzen also nicht dramatisch an. Das Problem ist einfach, dass die Bäume noch belaubt sind, eine entsprechend hohe Angriffsfläche bieten. Und damit besteht auch hier eben die Gefahr von herabstürzenden Ästen und umstürzenden Bäumen. Ja, und dann haben wir noch unsere Fichtenbestände, die so schrecklich aussehen wie diese hier. Eigentlich denkt man keine große Angriffsfläche mehr, aber hier ist das Problem, dass die Bäume halt derart geschwächt sind, dass wir auch da eben mit Windbruch rechnen müssen. Also damit ganz klar die Empfehlung eher auf Waldspaziergänge zu verzichten. Am Mittwoch ist wirklich doof und unnötig das Risiko einzugehen. Auch beim Autofahren aufpassen, kann immer mal ein dicker Ast auf der Straße liegen. Und ganz zum Schluss noch der Tipp, guckt nochmal in euren Garten und alles was umherfliegen kann, auf jeden Fall sichern. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen schönen Abend. Macht's gut zusammen. Ciao.